Was geht ab, meine Nachfries? Mein Name ist Sophie und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. An dieser Stelle möchte ich schon mal an jeden Einzelnen von euch Hayd Mubarak wünschen. Mögen am Ende des Tages eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und für mich persönlich immer das Wichtigste, mögt ihr alle und eure Familie gesund bleiben. Wir haben heute durchaus ein paar interessante Thematiken, die wir durchgehen werden. Der erste wird zwischen Capital und Samra sein. Und zwar hat sich so eine Art Update darum gebildet, wie wahrscheinlich das ist, dass wir in Zukunft die beiden in Kombination sehen werden. Ich fing damit an. So, das ist nämlich der Song. Da wollte unbedingt, glaube ich, vor ein paar Monaten Samra auf den Part springen und meinte, lass einen Part frei, Bruder. Und natürlich geht man davon aus, dass wir, anstatt dass wir, ja, vielleicht Berlin Leben 3 kriegen, dass hier zumindest vielleicht das Feature Samra drauf sein wird. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das Ganze anscheinend nicht der Fall ist. Dieses Video hat nämlich Capital dann auch auf Instagram gepostet. Da meinte irgendein Fan von Capital in den Kommentaren. Ich glaube, irgendwas nach dem Motto, ist Samra drauf, ich hoffe, Samra ist drauf. Capital hat dann gerade drauf geantwortet, nein, ist er nicht. Und schrieb dann, nicht meine Schuld, dass er nicht drauf ist. Er wollte danach nicht mehr. Samra wollte zu einem gewissen Zeitpunkt und hat es sich dann über die Zeit anders überlegt. Ich war bereit, und jetzt geht's weiter. Ich war bereit für Berlin Leben 3. Er aber anscheinend nicht. Und das ist doch crazy. Also, es war anscheinend wirklich so, dass sie damals geplant hatten, Berlin Leben 3 zu machen. Anscheinend von Capital zur Seite war er ready to go. Aber Samra hat sich anscheinend dagegen entschieden. Und Samra gibt auch an, weswegen er überhaupt diese Entscheidung getroffen hat. Und Samra hatte dann sogar darauf geantwortet, indem er Capital getaggt hat und schrieb, BL3 gibt es nur auf clean. Man kann das natürlich auf zwei Arten sagen. Man kann natürlich sagen, dass Samra hier eine starke, sehr, sehr starke Message nach außen hin sendet, indem er seine Recovery von Drogen, allen möglichen Substanzen weit über Money, Fame oder Sonstiges stellt. Weil das hat er hier definitiv gemacht. Weil es geht ja nicht nur um Kapital selber, dass er sagt, ich wünsche mir für Kapital, dass er clean ist. Weil wenn du mit Leuten, sagen wir mal, chillst, als jemand, der clean ist, die selber noch am Drogen nutzen sind, so setzt du dich auch selber der Gefahr aus, dass du selber damit wieder anfängst. So. Und das ist vor allem meiner Meinung nach eine super starke Message von Samra, zu sagen, ey, BL3 ist wahrscheinlich ein sicherer Erfolg. So hat jeder Bock drauf. Und will auch jeder. Aber mein clean sein setze ich darüber. Und das finde ich meiner Meinung nach stark. Klar setzt das Ganze natürlich auch Kapital wieder in ein gewisses Licht, was man natürlich auch bedenken muss. Und das Ganze wird natürlich auch damit befeuert, dass Donnerstag, dass am Donnerstag Samra plant, ein Track rauszubringen namens Geständnis, wo er auch Folgendes angekündigt hat. Alles in mich reingefressen bezüglich meinen alten Weggefährten, mit denen ich Musik gemacht habe, Geschäfte gemacht habe. Und ja, ich sage da einfach nur, was ich von denen denke. Mal abwarten! So. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach, warten auf Donnerstag und ziehen uns einfach dann rein auf den Track, was Samra sich von seiner Seele zu reden hat. So, dann kommen wir zu der nächsten Thematik. Und zwar hat Bösemann sich wieder gemeldet. Und zwar sehr feurig, würde ich an dieser Stelle sagen. Genau. Farid Bang, deine Tage sind gezählt. Und Cashmo Music, auch du wirst meinem Zorn nicht entkommen. Und dann ist der Bösemann am Rudern mit einer Art, ich weiß gar nicht, wie man ihn nennt, die tut, ich glaube, das Atmen erschweren. Ist halt sehr gut, Cardio aufzubauen. Ich weiß das nicht ganz genau. Ist er sich am Vorbereiten für den Kampf? Oder vielleicht für das persönliche Treffen? Das weiß man noch nicht ganz genau. Und Cashmo postet wiederum auf Instagram, Hushatja. Hushatja. Und hat da ein Magazin in der Hand. Ob das jetzt adressiert ist am Bösemann? Weiß man nicht ganz genau. Ist aber eine klare Message nach außen, dass man höchstwahrscheinlich ready ist für das, was kommt. Dann kommen wir zu der letzten Thematik. Und zwar behandelt die Majestros Video. Majestros hatte da in dem Video ein paar Kritikpunkte gegen mich geäußert. Ich wollte diese Kritikpunkte, die da aufgegriffen werden, kurz behandeln. Und vielleicht auch ein paar Sachen richtig zu rücken. Und vielleicht auch Missverständnisse zu klären. Das machen wir zu guter Letzt. Aber ich muss leider dieses Video machen. Also werde ich meinen Fuß, meinen kleinen Zeh einmal wieder in diese Bubble eintauchen. Und werde ein paar Sachen sagen, auf die viele Menschen offensichtlich warten. Leider. Warum? Weil ich habe gedacht, das erledigt sich mit ein paar Insta-Stories. Aber viele Menschen haben diese Stories nicht gesehen. Und wie das Reaction-Game in Deutschland leider nur mal so ist, ist natürlich jeder auf diesen Zug mit aufgesprungen. Weil man weiß, dass Maestro in Bezug auf Palästina nicht vielleicht so interessant ist das Thema. Weil keiner irgendwie seltsamerweise auf diese Videos reagiert. Maestro auch nicht in Bezug auf andere politische, wichtige Themen. Oder auf islamische Themen. Oder auf andere Sozialkritik. In dieser Kombination ist Maestro vielleicht auch nicht so interessant für den einen oder anderen. Weil die, ja ich sag mal, die Prioritäten in dieser Szene vielleicht ein bisschen falsch gesetzt sind. Aber ich gebe ihm da recht. Gerade, ich sag mal so, es geht mehr um das jüngere Publikum. Das jüngere Publikum will gar nichts von solchen Sachen wissen. Das muss man einfach so sagen. Also sei es von Kriegssituationen oder der Leid der Menschen, die dritte Welt. Das interessiert die Kinder nicht mehr. Die Kinder von heute sind so übersättigt und leiden mittlerweile so sehr an Hypersensibilität. Durch Netflix, durch Videogames, Whatsapp, Snapchat, TikTok, all solche Sachen. Dass da gefühlt kein Platz mehr ist für die echten Probleme dieser Welt. Ich habe immer und werde immer Leuten applaudieren, die sich solcher Thematik annehmen. Sag ich jetzt Maestro, ABK, Kahayana, auf den wir letztens reagiert haben. Weil natürlich auch damit ein gewisses Risiko einhergeht, gerade aus, sagen wir mal, Anti-Mainstream-Perspektive zu reden. Und mehr teilweise aus der eigenen Sicht, aus dem eigenen Moralverständnis zu reden. Was Maestro schon öftermals gemacht hat, da wissen wir, da herrscht schon ein gewisses Risiko. Das zu 100%. Weiß, Maestro in Kombination mit Mois, das bringt Klicks. Und da springt auch jeder gerne drauf. Scheiß doch auf Palästina. Scheiß doch auf die ganzen Leute. Scheiß auf die fast 30 Videos, die ich zu dieser Thematik gemacht habe. Scheiß auf das. Scheiß auf das Memo-Rap-Check. Du, du bist doch Palästinenser. Scheiß auf das Sufjan. Lass uns lieber genau auf diese Thematik... Nein, also ich verstehe jetzt nicht, warum er mich erwähnt in dem Bezug zu den Palästina-Videos. Weil ich habe meine eigene Art und Weise, darauf zu reagieren. Und ich habe auch meine eigene Art und Weise, darauf hinzuweisen. Ich habe damals oder habe schon vermehrt auf diese Thematik reagiert, anhand von anderen Creatoren. Sag ich jetzt zum Beispiel wie Kahayana, dessen Video ich absolut genial fand. Und ich auch eventuell damit hätte rechnen müssen, dass ich wegen dem Video auch vielleicht eine Anklage wegen Volksverärzung kriege, die ja damals Kahayana gekriegt hat. Mich aber dennoch dafür entschieden habe, das damals online zu lassen, weil ich einfach überzeugt von den Aussagen gewesen bin im Video selber. Zwei weitere Gründe, weswegen ich mich damals entschieden habe, auf dieses Video zu reagieren, war, dass Kahayana in seiner Art und Weise, wie er das Video gestaltet hat, auch die Problematiken der heutigen Generation mit einfließen lassen hat. Und zwar die Schwierigkeit, Informationen aufzunehmen, sich für gewisse und sich für eine Sache im Detail zu interessieren. Das ist etwas, was die heutige Generation nicht mehr so macht. Und deswegen hat er gekonnt, Stilistiken benutzt, die auch die Jugend ansprechen. Sei es seine sarkastische Art, sei es sein Humor-Stil und auch seine Was-Guckst-Du-Show mit eingebunden hat. Und ich, auch beim Zuschauen, als ich auf das Video reagiert habe, das Gefühl hatte, er macht es auf eine Art und Weise, wo ich der Meinung bin, dass die Leute die Informationen, wo viele wahrscheinlich auch abblocken würden, oder gerade auch, wenn sie sehen, es ist ein Palästina-Israel-Video, wegklicken würden, dranbleiben würden. Weil er es auf eine sehr interessante Art dargestellt hat, wie ich es bis jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland gesehen habe. Weswegen ich auch mich dazu entschieden habe, auf dieses Video zu reagieren und dieses Risiko komplett mit einzunehmen, auch wenn es mehr dazu geheißen hätte, wenn man mehr Reichweite eingeschränkt hätte oder vieles andere. Soll ja dem einen oder anderen passiert sein. Dieses Video hat meine Meinung komplett widergespiegelt. Ich glaube, das Video an sich von Karjana war 20 Minuten lang. Und es hat sehr, sehr gut die ganzen Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind zwischen Israel und Palästina, zusammengefasst. Die Umstände sehr, sehr gut erklärt. Das Unrecht sehr, sehr gut erklärt. Aber es hatte auch Elemente, die wiederum das jüngere Publikum ansprechen. Sodass ich auch das Gefühl hatte, dass wenn man das auf seinen eigenen Kanal hochlädt, die Reaktion, dass auch mehr Leute sich dafür interessieren werden und dass man mehr Leute auf dieses Video aufmerksam machen kann. Und das spielt bei mir eine große Rolle. Es geht nicht bei mir immer darum, dass ich Sachen oftmals thematisiere, sondern bei mir ist es immer wichtig gewesen, wie ich sie thematisiere. Mit was thematisiere ich die und mit welcher Message. Und das, wie Karjana es damals gemacht hat, fand ich einfach genial und war deswegen auch bereit, jegliche Konsequenz, die einher mit der Reaktion gekommen wäre, komplett zu akzeptieren. Das soll aber nicht irgendwie die Arbeit von Maestro schmälern. Im Gegensatz, wie gesagt, höchsten Respekt für Maestro, dass er sich für solche Sachen einsetzt und auch da die Konsequenzen wie ein Mann trägt. Was ich damit sagen möchte ist, nur weil ich jetzt nicht auf Maestro seine Palästina-Videos reagiert habe, heißt es nicht generell, dass ich mich für die Thematik nicht interessiere. Eine andere Sache, Sufjan, was ist mit dir? Du hast auch meine Nummer. Wir hatten doch auch respektvollen Umgang die letzten Jahre, oder nicht? Zwar nicht viel, aber der war respektvoll. Mit Herzen dies das, Pipapo. Und was ist bei dir gewesen? Hast du dich gemeldet? Hast dich auch nicht gemeldet, war? Weil dir die 2,50 Euro auch besser geschmeckt haben. Hm, okay, okay, okay. Kritik ist hier klar formuliert, dass ich nicht auf ihn zugegangen bin und ihn nach seiner Perspektive gefragt habe. Ich denke am Ende des Tages, dass es ein kleines Missverständnis zwischen mir und Maestro ist, weil er nicht vertraut ist mit der Art und Weise, wie ich generell arbeite. Der hat eine Sache erwähnt, die sehr wichtig ist, und zwar... Wir hatten doch auch respektvollen Umgang die letzten Jahre, oder nicht? Zwar nicht viel, aber der war respektvoll. Und das kann ich nur beipflichten, die Berührungspunkte, die ich bis jetzt mit Maestro gehabt habe in Vergangenheit, die waren immer sehr respektvoll und sehr friedlich. Der Punkt ist aber, dass man gesagt hat, der ist nicht intensiv gewesen. Warum ist er nicht intensiv? Weil ich zu der Szene allgemein ein distanziertes Verhältnis habe. Es ist nicht nur Maestro selber, es ist allgemein so, dass der Kontakt zwischen mir und der Szene sehr minimal ist. Denn ich hatte immer das Gefühl, dass wenn du dich entscheidest, Content-Creator in der Hip-Hop-Szene zu sein, kannst du dich für zwei Routen entscheiden. Du kannst einmal ein Szenen-Nahher-Content-Creator sein und ein Szenen-Distanzierter-Content-Creator. Und beides hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich würde sagen, dass ein Szenen-Nahher-Content-Creator, natürlich persönlicher Kontakt, Freundschaftskontakt, eventuell sogar, dadurch spielen sich verschiedenste Vorteile. Informationsergatterung fällt natürlich viel einfacher. Interviews zum Beispiel kriegen. Prinzipiell Leute, Rapper in deine Videos holen, Rapper in deine Streams holen. Da steht dir alles sehr offen. Was sind die Nachteile von einem Szenen-Nah-Content-Creator? Das ist ganz einfach so. Und zwar dadurch, dass oft Emotionen eine Rolle spielen in diesem Verhältnis, Freundschaft, Brüderlichkeit, eventuell sogar, entsteht ein Loyalitätsprinzip bis hin zu einem Abhängigkeitsprinzip. Das heißt, du bist fast schon gezwungen, eventuell positiv über diese Leute zu berichten oder die Meinungen von den Leuten oder Statements von den Leuten abzuholen, bevor du über sie berichtest, sodass du sie nicht verärgerst. So, ansonsten fällt ja alles weg. Sei es die Interviews, die Tatsache, dass in deine Videos kommen und sowas. Das passiert dann einfach nicht mehr. Das heißt, du bist einer größeren Art der Manipulation ausgesetzt. Die Nachteile eines Szenen entfernten Content-Creators ist ganz klar. Keine Interviews, keiner ist in deinen Videos und du bist am Ende des Tages gestrandet auf einer einsamen Insel. Das ist klar. Der Vorteil ist wiederum, durch den fehlenden Kontakt ist keinem, der prinzipiell reinreden wird, wie du deine Videos gestaltet, wann du deine Kritik ansetzt, wie hart deine Kritik ist oder wie sehr du jemanden befürwortest. Es ist dein Machen. Keiner kann dich von rechts ziehen oder keiner kann dich von links ziehen. So, du bist der Einzige, der entscheidet, in welche Richtung du dich bewegst. Und ich habe mich vor sieben Jahren dazu entschieden, ein Szenen entfernter Creator zu sein. Deswegen habt ihr bis heute keinen einzigen Rapper in meinen Videos gesehen. Deswegen gibt es auch keine Interviews. Deswegen gibt es all die Sachen nicht. Und da gibt es noch viel mehr Dinge, auf die ich verzichtet habe, um diese Position beizubehalten. Das heißt aber auch, wenn ich anfangen würde, auf Maestro zuzugehen und ihn zu fragen, dann hätte ich das damals auch machen müssen bei Mois. Dann müsste ich das bei Shino machen. Dann müsste ich das bei Bösemann machen. Bei Farid Bang, bei Sinanji und wie sie auch alle heißen. Und dann ist natürlich die Frage, bist du dir zu dem Zeitpunkt noch neutral? Kann man noch neutral sein, wenn man mit den Leuten jeden Tag zu tun hat, über die man redet? Ich würde sagen, es ist eine meisterliche Aufgabe. Aber hier ist nochmal sehr wichtig, dass das Sachen sind, die nicht bezogen sind jetzt auf Maestro. Das ist allgemein meine Art. Das ist allgemein die Art und Weise, wie ich verkehre. Und wenn es um Informationen geht, habe ich immer auch ganz klare Richtlinien. Ich behandle niemals etwas, was nicht in der Öffentlichkeit ist. Das ist das Erste. Als ich über die Statements geredet habe, waren die ja schon, glaube ich, 24 Stunden auf Instagram von Maestro hochgeladen. Also ich denke, darauf ist wahrscheinlich nicht die Kritik bezogen. So, ich muss auch ein bisschen darüber nachdenken, was er überhaupt generell meint. Und zwar ging es um dieses Video von dem Jungen, wo darüber berichtet wurde, dass Mois im Gefängnis war. Und da muss man wissen, das kam ja so, dass ich damals dieses Video gemacht habe mit San Diego. Daraufhin hat mich das Mois-Management angeschrieben. Das heißt, die sind auf mich zugekommen, nicht ich auf sie. Haben mich über die Situation aufgeklärt, über den Gefängnisaufenthalt von Mois. Und der Tatsache, und da habe ich auch selber nach der Nachricht so ein bisschen Grummel im Magen gekriegt, dass es nicht das Richtige ist, das Video online zu lassen. Haben mich aber auf ein YouTube-Video aufmerksam gemacht. Und zwar, das war das von dem Jungen, der über die Situation, oder dem kleinen Neffen von Mois, der über die Situation geredet hat, dass Mois im Gefängnis war. Wichtig ist es hier auch anzumerken, dass es zu diesem Zeitpunkt öffentliches Material gewesen ist, da es von dem Jungen auf TikTok und auf YouTube hochgeladen wurde. Das Management hatte mich nur über den Kontext nochmal ein bisschen aufgeklärt, wer der Junge ist. Aber bevor überhaupt dieses Gespräch ins Vertiefte gegangen ist, habe ich eine Sache auch klarstellen müssen und auch aufgefordert, sonst hätte ich das Thema gar nicht aufgegriffen. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, ich kann dieses Thema und werde dieses Thema nur aufgreifen, wenn ich in dem Video sitze und sage, Die Schilderung, was da alles passiert sein soll, kommt von Mois Management. Das kommt von Mois Management, das heißt unter dieser ganzen Erzählung liegt auch die Unterschrift von den Jungs. Dann war ich auch komfortabel genug, mich ins Video zu setzen, die Schilderung wiederzugeben und zu sagen, ey, das ist die Schilderung von Mois Management, die stehen hinter jeder Aussage, die sie da gebracht haben. Sehr, sehr wichtig, meine Damen und Herren. Gleicheres hätte ich auch von Maestro gemacht, wenn er auf mich zugekommen wäre und mir seine Schilderung gegeben hätte und gesagt hätte, ey, du kannst aber auch sagen, dass das von mir gekommen wäre. Hätte ich Gleicheres gemacht. Selbes Prinzip, als mir dann gesagt wurde oder die Inhaltspunkte gegeben wurden, worüber das Gespräch eventuell zwischen Mois und Maestro sein könnte. Da habe ich auch gesagt, es ist die Perspektive des Mois Management, da sind Informationen von denen ganz klar und deutlich auch angesprochen. Habe aber auch, und das ist auch wichtig, weil ich auch gewusst habe, dass Maestro nicht will, dass er in die Situation mehr involviert wird und für ihn dadurch mehr Kopfschmerzen existieren. Habe diese Möglichkeit aber auch genutzt, eine deeskalierende Situation herbeizurufen, indem man sagt, ey, ich finde dieses Gespräch muss nicht stattfinden. Ich finde, die Punkte sind nicht von großer Wichtigkeit. Außer vielleicht, dass man sagt, mit dieser Yo-Snack-Szene, dass man sagt, okay, könnte man vielleicht das noch aufklären. Aber muss das jetzt stattfinden in dem Video von Mois, in dem Maestro da sitzt? Nein, muss es nicht. Und habe auch ganz klar gesagt, dass ich gegen dieses Video bin. Also gegenüber der Idee, dass das Maestro da sitzen muss. Das sind meine Arten und Weisen, auch deeskalierend zu reagieren und teilweise auf ein Feuer, nicht mit Öl zu reagieren, sondern mit Wasser. Ich hoffe, dass durch diese ja doch schon ausgiebige Erklärung Maestro eventuell auch realisiert, dass der Ansatz, den ich habe, nichts darüber sagt, wie ich gegenüber Menschen stehe, sondern es einfach meine Art und Weise ist zu arbeiten, mit dem Gedanken, dass ich abends friedlich schlafen kann und weiß, dass der Ansatz, den ich besitze, keinem Unrecht tue. Echte Unfairness und echtes Unrecht entsteht immer dadurch, wenn Leute sich benachteiligt fühlen. Es entsteht immer dadurch, wenn Leute das Gefühl haben, du misst mit zweierlei Maß. Und das ist immer etwas, was ich verhindern wollte. Dadurch sind auch die Streitereienkritik, Peace entstanden. Aber die waren für mich in Ordnung, weil ich wusste, das kommt damit einher. So ist dieser Ansatz von viel größerer Wichtigkeit, als zu verhindern, dass ich nicht in Streitigkeiten reingerate. Hast du genug Sachen hinzugedichtet? Hast du versucht, deine Nase irgendwo reinzustecken und Detektiv Conan zu spielen? Und? Ich würde jetzt nicht sagen Detektiv Conan, weil ich würde mir das nicht anmaßen, mich mit so einer Legende zu vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir natürlich auch Mühe gebe, das zu 100%. Also wenn es darauf bezogen ist, dass ich immer versuche, die Situation zu verstehen und damit auch verhindern möchte, dass ich einem Unrecht tue. So, was ich auch letztendlich letztes Jahr gemacht habe. So, wo ich mir auch sehr viel Mühe darüber gegeben habe, rauszufinden, wie viel oder wie sehr Maestro Unrecht getan wurde, indem ich mir einfach die Sachen angeguckt habe, das öffentliche Material angeguckt habe, und am Ende der ganzen Reihe zu sagen, ja, ich fand, Maestro wurde von Mois Unrecht getan. So, und hinter diesem Statement stehe ich immer bis heute noch. Und das war es von mir. Vergiss nicht, mein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.